Musik Im Februar 2017 habe ich die City Classic Damenmoden in der Schmiedgasse übernommen und ich darf sie herzlich mit hineinbieten. Ich komme aus dem Tourismus und dem Marketing und ich habe auf der Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer dieses Geschäft gesehen. Ich war überzeugt vom Konzept und habe deshalb erstmalig den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Wir haben Alltagsmode in wunderbaren Farben und schönen Qualitäten und Businessmode für die Dame im Büro. In der angenehmen Atmosphäre in unserem Geschäft finden unsere Kundinnen komplette Outfits. Neben kompetenter Fachberatung ist bei uns natürlich auch immer Zeit für ein kleines Wartschirm. Der Follow-me-Award. Voten Sie mit! Wählen Sie den Nachfolger des Jahres. Klicken Sie followme.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow-me-Award gewinnt. followme.nachfolgen.at Gewinnchance inklusive. Follow-me ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark, des Wirtschaftsressorts des Landes und der begleitenden Partner. Nachfolgebetrieb.nachfolgen.at